Und nach der Fußball-Bundesliga geht es weiter mit unseren aktuellen Ergebnissen. Und damit guten Abend und ganz herzlich willkommen. Gestern war Nikolaus, morgen ist der zweite Advent. Weihnachten kommt eindeutig und in großen Schritten näher. Und ich hoffe, die Vorweihnachtszeit gestaltet sich bei Ihnen bis jetzt schon mal nicht allzu stressig. Wer in dieser Woche Lotto gespielt hat, ist bei der Nikolaus-Sonderauslosung dabei. Doch dazu kommen wir gleich. Jetzt erst einmal zur Gewinnzahl für das Spiel 77. Hier ist sie. 0381205. Und wir schauen auf die nächste Gewinnzahl, die gehört zur Lotterie Super 6. Das ist sie. 128913. Und im Lotto können Sie bis zu 11 Millionen gewinnen. Das sind die eben gerade gezogenen Lottozahlen. Die 2 ist dabei. Und die 11. Dann die 13. Und die 19. Die 20. Und die 43. Und wer hier jetzt auch nur drei Richtige hatte, kann trotzdem noch eine Million gewinnen. Und das funktioniert, weil Sie nämlich dann noch an der Nikolaus-Sonderauslosung des Deutschen Lotto-Blogs teilnehmen. Den Tippschein also unbedingt aufbewahren. Und für die 11 Millionen im Lotto braucht man heute dann noch die super Zahl. Und das ist sie, die 4. Ganz herzlichen Glückwunsch. Einen wunderschönen Advent. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.